Das Bundesamt für Gesundheit hatte einen neuen Fall, wo Naffenpocken gemeldet, diesmal war eine Person im Kanton Zürich betroffen, das ist der dritte Falli. Der Zentralafrika beobachtet wurde 1.08, weil ein 1.0 Länder außerhalb Afrikas waren es am Freitags oder Berliner im Monolokeleifrigs an der Twitter-Sander unter Strichlab ist hier Künstlistel vertreten, der Chefärztin namens Schweizerischen Institut für Tropen und Publisher als sieht kein Eng und zur Panik nach heutigem Weiß. Einen dritten Fall, wo Naffenpocken diesmal im Kanton Zürich dies ist, der dritte Fall in der Schweiz am Dienstag wurde im Kanton Genfer ein Fall, wo Naffenpocken. Narzdorf suchen die Krankheit ist normalerweise mit Vorback fort, die Krankheit wird durch Tröpfchen übertragen, nach der Ansteckung dauerte Sinder.